und herzlich willkommen zu einer ganz neuen folge h1z1 ja thomas ist wieder an bord man sieht ihn hier um randu red red thomas und ich natürlich victim of games thomas hat euch was zu sagen und zwar wer es noch nicht gespielt hat und man ist nicht wie lange ist jetzt hier respawnzeit also dass das zeug hier zerfällt 14 tage und ich hab 14 tage jetzt hier dass seine balken gehen langsam runter immer an gehst okay hier der weiße balken okay ich komme aber ich noch herr mit dabei wir müssen ja vielleicht erst mal kommt zu der stadt und dabei will ich habe hier aber dabei da muss man müsste ihn noch mal runter weil ich brauchte mal den bogen nehmen was hast du noch genug platz ich weiß nicht wenn ich ganz ruhig da bleibt das hier liegen jetzt geht er wegnimmt ja nicht so dass sie letztens ist wo meine klamotten mit der schade kam ich bin jetzt kann es nicht nehmen wo kurz was testen wird schluss für die scheiß magnum ok ja gut dann war die vorne mal weg ich würde sagen wir laufen oder stadt runter weil ist ja nicht weit das auto hier schon wenn sie was anders kommt mich in der bogen damit hier das ist musst du immer das ganze crafting zeug laden ok wo man das ist ein schneller dem muss man weg machen die sind alle ein bisschen schnell lange nicht wieder so ein sicher an die weiter denn das war ja auch noch schnell ob ich ja also dunkeln ziel ist echt scheiße ja so gut getroffen weggepams ok hier wollen wir jetzt hier unten durch weit durch oder wir müssten so lang richtung süden ja so ein bisschen leicht schräg hier durch weit die mucke alter die gemächtigung doch jetzt kommt ja schon wieder angerannt ja ich auch sehe ich auch gerade bei mir ist das tag beteilt und ich habe keine ahnung was passiert wenn du nachher zu teilen wird die und das erste haus vielleicht haben auch glück das gleich wieder gut wie sport ist von munition hier dann könnten wir uns theoretisch ich werde 9 mm lassen mal finden wir haben wir gestern der radio schon drinnen ja das ist ja die genau siehst du schon wieder munition 9 mm dürfen noch die tür zu jungen leere flasche nehme ich gleich mal mit fürs machen hier liegen schraubenschlüssel ok knallte ich auch mal ins nächste hier liegt auch das muss bettchen wo es bettchen hier links und rechts so ihr teilen gleichzeitig ja ich kann gut ja wir sind zusammen bett ich schlafe hinter der wand jungen hau ab so ich bin geteiert ok hier haben wir aqua gator die gators die 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 krokodierschuhe die werkbank noch bauen dafür brauchen brauchte ich noch wenn ja da liegt auch beutel ich habe waffen reparatur und reparatur ich habe es schon wieder recht das kräftige steuer weg du dickes ding jungen nicht an was haben wir hier noch irgendwas was wir hier drei camouflage die ok das muss ich mitnehmen dass die kenne ist und das ist gleich mal zu rufen automobili mal gucken was das rupenatle red metall metall schied wunderbärchen und die für die kann nämlich langsamer unsere mauer da alles fertig kriegen mit der ding mal richtig schön safe ist und wir brauchen hammer ich hatte gestern so viele hammer gehabt ohne müsst aber und hier liegt auch hochsack sind los jetzt schon 3000 mal wollte ich aber später nehmen wir das alles mit wenn wir unsere box haben was soll das nächste hause erklappern es war so ein hammer drinnen haben wir jetzt ja aus der ausgang nicht aber das andere leere flasche mitnehmen wo wir draußen menschen kinder ist ja auch noch ein salzpaket nicht warum nicht das wollen wir nicht genau machen wir machen wir das jetzt mal so genau der ist aber irgendwo irgendwie ist auch unter näher irgendwo anders schrecklich nicht so irgendwo anders jetzt war schon ganz gut wenn man die kiste nämlich dann auch haben dass man echt mal ein bisschen zeug ausrangieren können was mir die ganze zeit umtragen so jammer noch mal reparatur gett hier auf bärchen hell grüner hellen da haben munition und zwar ja schrotze da haben wir auch munition 9 millimetern aber sonst well rested und da von mir wo die vitamintabletten so was hier in der garage irgendwas in der waschküche aber auch noch ein reparatur gett ist ja auch schön da ist auch noch ins muss ich habe ich nicht zu behaupten dass reparatur 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 wo ist reparatur wir können ja wenn wir zurück machen dass du dich darum kümmert um die box oder um lagerfeuer bei lagerfeuer da kommen wir denn das dreckige wasser abkochen oder alles ja ok ok sie habe ich nichts gefunden was man bräuchte gehe ich mal hoch in die villa ich habe ein haus ein affe und ein pferd ich habe echt viel reparatur gezogen das ist schön aber noch kein hammer ich möchte aber jetzt am liebsten trotzdem noch nicht über den haufen geschossen werden wenn jetzt hier rum spaßtet ja ok dann gucken wir mal hier da haben wir wieder haufen schränke munition munition hier ohne ende 45 für wen wohl für tun das bärchen 9 mm 44 ok das ist auch schon mal gut 44 9 mm auf 45 manchmal draußen auch zu lange fahren ich denke mal dass sie drin dass sie dann gleich wieder auch wer ankommt mit dem auto und weg beim st was hast du jetzt auto gehört oder was ja das war bei mir hinten gewesen also bei mir zu hause ach so ok oh warte mal ich habe noch was sehr schönes da könnte man nämlich gleich mal first aid kit machen und zwar habe ich mir jetzt mal die dosi hier schnell rein ich habe nicht saline gefunden da kann ich nämlich wieder ähm first aid kits machen mit bandage das ist schon was braucht man aber saline und saline und bandage genau aber wir haben auch schon jetzt acht man das braucht ich wollte es letztens laufen aber es ging ihm halt nicht wo sind jetzt platz noch drin also hier um umbauen oder mal 80 20 müssen irgendwas fressen da ist eigentlich noch nicht mitnehmen habe ich hier irgendwas drin hat das kann ich rausholen ich habe schon noch metall mit so ok das mitnehmen und das mitnehmen und dann craften wir das gleich zweimal ich habe jetzt wieder zwei first aid kits die ich hergestellt habe für uns und ein bärchen ach so hat das ein keller hier die hütte ist das ein hammer ist das ein hammer ist das ein hammer ich muss sagen wir haben die animation mit dem licht hier drin haben sie gut gemacht das gefällt mir sehr 308 munition das ist ja schön 380er werden das gesagt geben ja oberter genau ok ok erster chat schick Obst es Förder trotter mit Ich frage mich aber, was da immer so rumpelt in dem Spiel. So, ein bisschen abartig. Ich habe jetzt hier oben nichts gefunden, wo ich sagen könnte, yeah. Da ist noch eine leere. Uh, Wasser. Und ich habe das 8-Kid auch noch in der Nähe. So, warte mal, dann machen wir das jetzt mal ganz einfach. Wir craften jetzt einfach mal die Bandagen schnell hier auf Maximum. Klack, 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 klack. Okay. Die haben auch mal raus. Du hast gestern aus dem Auto das Zeug rausgenommen gehabt, gell? Ja. Okay. Dann bräuchte ich theoretischerweise. Das brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch alles drin, was ich nicht brauche als gerade? Reapen Repair Kit. 3. 14 Reapen Repair Kits habe ich. Ach. 5 mm. Okay. Ich habe jetzt nichts gescheit gefunden, das geht mir jetzt gerade bis auf den Sack. Oh, Mann. Ich habe einen Hammer. Ach, das ist ein Hammer. Sehr schön. Ich habe jetzt ein Erfolg. So, gehen wir mal in die Hütte hier. So, die Schrecken reingucken. Ja, Munition. 83er. Bäm. Wann ist es da noch? Okay. Nehmen wir den Meter zweimal. Okay. Schraubenschlüssel. Ich habe auch einen Hammer gefunden. Wunderbar. So, jetzt muss ich aber irgendwas rausholen. Ich haue die Feuerwehrsitz jetzt raus, dass ich mir... Oder? Ich habe kaum Platz durch den Bogen, das ist nicht mal das Problem. Bei mir ist alles gekrachte voll. Ist auch voll, deswegen muss ich bald mal die Box bauen, damit du alles noch so gerade nicht brauche abschlemmen kannst. Kann man wirklich das Nötigste wegnehmen, weil es dann kann ich einfach mal auf Tour gehen. Und dann sagen, okay, jetzt habe ich nicht die wichtigen Sachen mit, da kann ich auch mal drauf gehen. Ja, ich habe, wenn man es so nimmt, habe ich ja schon eigentlich Zeug. Na, na, jetzt könnte ich ihn vielleicht mitnehmen. Jetzt habe ich ihn. Ich habe jetzt noch zwei Dosen gefressen. Scheiß drauf. Oh, das war mir jetzt nicht. Auto, Batterie, den Dingschreien gepackt. Also war ich vor kurzem und dann haben wir erwähnt. Was, Auto, Batterie? Füchern geht drinnen. Okay. Ich habe hier so eine Locked Key Karte F3 95er, also wie Romsen. Oh, was muss es da doch geben? Reparaturkette habe ich wieder. Eine Mauer mit. Das braucht man sowieso alles. Okay, haben wir hier noch irgendwas drinnen. Was braucht man für die Kiste überhaupt? So, da habe ich alles durch. Da habe ich auch alles durch. Okay, gehe ich mal wieder raus. Rabbit. Was ist denn los? Wir brauchen sechsmal Wood Planks, vier Nägel und viermal Metall-Packets. Aber trotzdem gar nicht machen, weil davon habe ich den noch. Da kommt schon wieder abartige Musik. Das hört gar nichts. 45er Munition habe ich doch gefunden. Da ist noch eine normale Axt drin. Der Heller ist doch schön. 9 Millimeter. Da oben liegen wir noch ein Schauschützengewehr. 45er Munition. Was war das jetzt von Geräusch? Verpisst euch, ist das euch. 380er Munition, das freut mich. Reparatur geht wieder? Yeah. Hast du gerade ein... Alter, irgendwas ist hier in der Hintertonne. Ist das normal, dass es in den Häusern knarrt? Ja. Wirklich? Ja. Alter. Hier klein ein Color. Noch mal 9 Millimeter Munition. Kamu-Pants. Okay. Nichts hier drinnen mehr. Nee. Kann mir vorne noch ein Haus? Nee, bei mir auch kein Haus mehr. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Jetzt brauchen wir langsam, aber auch schnell zurück. Jetzt wird es noch von der Helder. Dann kommen wir mit dem Roboter, Bastian. Jo. Warum das ist um der Ecke noch mit? Ja, kommt das nochmal auch zu zweit mit. Zabi, 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 Zabi. No, panga, 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 panga. Komm hinten lang. Jo. Mach ich mal hinten auf. Hier ist eine Batterie drin, ne? Ich bin drin. Ach, du kommst da rein? Achso. Sniper. Okay, ich gehe hoch. Okay, ich bin hinten. Zack, 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 zack. Munition, 9mm. Was ist denn los? Ja, da liegt auch eine Autobatterie drin. Hm. Scar of Cloth. Spool of Twin. Jeans. Okay, das ist auch nichts Gescheites. Bad. Und nochmal auch noch mit. Was hier ist nichts, wo ich jetzt auch müsste, hier. Ja. Ich brauche noch eine Nahkamp-Waffe. So, Reparatur geht das so. Ich klicke, Repair und dann auf Axt. Mit nach Hause. Mit nach Hause. Wir haben mehrere. Wir können uns bloßschlagen. Und ich weiß ja auch. Hallo, Bärbel. scheiße ich bin nicht drüber aber keine angst bin ich hinter dir so okay wir haben zur basis zurück und dann ist leider auch schon die folge wieder zu ende weil wir sind wieder bei 20 minuten das geht ratzfatz links von rechts von überall ist jetzt los lange nicht so ein schreihals kommt das alles gut aber ich raff das schon wieder ich bin schon wieder fast schneller als du ich kommt hier immer näher woran liegt das da muss es doch irgendeinen grund dafür geben warum ich noch die schuhe die du anlässt und ich habe arbeit doch schon gerade an das kann sein ich überholt ich mich schon das ist krass dass einige sachen viel ausmachen irgendwo anders das war schon da unten also mich die werkbank bauen aber was war noch mehr metall sheet machen ja und kiste brauche mal und kiste weiter unten ist es jahr drüber rüpft so da kann ich zweimal zwei maus haben wir schon drin ich habe jetzt mal fünf leere flaschen noch mal rein das ist ja schön haben noch leere flaschen hier irgendwo okay wir bedanken uns erst mal auf jeden fall fürs zuschauen weil wir sind ja schon wieder am ende unserer folge und ja okay wie gesagt nächste folge sehen wir uns wieder thomas koptos dabei und natürlich euer victim of games bis dann tschau